So, vielleicht nochmal 20 machen, das reicht mir, dafür dann aber hiervon 100 Stück nochmal. Dann sind wir auf der sicheren Seite und dann können wir nämlich auch eine Basis bauen, wo erstmal ein Geschütz ist, wo wir einen kleinen Hangar haben, wo wir mit dem Schiff dann auch landen können, wenn wir denn jetzt mit dem Ding irgendwie wegkommen. Ich weiß ja, ein oder andere Mal, ich denke, wie, du willst jetzt schon von dem Planeten runter? Ja, aber wir haben ja immer diesen Hintergrund bei dem allem, was wir jetzt machen, das hält nicht lange. Das, was wir jetzt hier machen, ist ja bald weg. Wenn die sechste Version rauskommt, müssen wir von vorne anfangen, wegen dem Wettersystem und den ganzen tollen Sachen. Also können wir uns dann ein bisschen austoben, können Sachen ausprobieren. Wir werden das dann später klar, wenn wir mit der sechste Version anfangen, werden wir das anders ergehen. Werden wir die Basis hier ein bisschen hübscher bauen, vielleicht auch wirklich die Unterhörte basteln, das finde ich ja immer ganz schnieke. Vielleicht mit einem großen Hangartor, wo man reinfliegen muss und wo dann im Berg drinne entsprechend das dann deponiert werden kann. Mal schauen, bin mir da nicht so ganz sicher, wie ich das dann handeln möchte. Ein paar coole Ideen habe ich schon, aber das entscheiden wir dann eigentlich mehr oder weniger spontan. Achso, das Fahrwerk brauchen wir aber nicht. Das können wir hier lassen. Das heißt, du kommst rüber. Das kommt mit, das kommt auch mit, ja. Ansonsten ist es okay. Ich muss es essen. Und deshalb kann ich mir dann halt solche Experimente leisten, wie zum Beispiel, hey, wir probieren uns einfach auf jeden Fall von dem Planeten erst mal runterzukommen. Ist ja auch wichtig, bei Space Engineers haben wir auch schon sehr, sehr früh angefangen zu gucken, aus den dreiener Neugier, okay, wie schaffen wir es denn jetzt von dem Planeten runter? Ist ja auch wichtig, wir können ja nicht Ewigkeiten warten, bis irgendwie das alleine uns einfällt. Aber das macht Spaß, dieses Austürfeln. Vielleicht kann es jetzt auch sein, dass wir alles fertig machen und stellen fest, ups, wir haben gar nicht genug Schub, um überhaupt vom Planeten runterzukommen. Und jetzt wollen wir es wieder ran, größere Triebwerke, neu basteln, fertig. Ja, ein bisschen rumprobieren. Das macht aber Spaß. Und dazu sind diese Spiele ja letztendlich auch da. So, das nehmen wir hier raus. Jetzt ist hier aber noch ein paar Stahlblöcke übrig. Das packen wir hier wieder ins Inventar, weil das brauchen wir nicht weiter. Wir haben genügend Licht, bin ich der Meinung, am Schiff dran. Wir werden noch die beiden Scheinwerfer dran setzen. Und dann passt das eigentlich. So, er macht die letzten Energiezellen, die Bohrerladung noch und dann können wir die Energiezellen auch so weiter da reinpacken. Wir brauchen ja die Energiezellen auch, muss man ja auch überlegen. Für die Basis dann, wenn wir eine bauen. Gut, ich hoffe, dass wir da auch Prometium finden werden, aber es kann sein, dass wir erstmal nichts finden und dann brauchen wir erstmal Energiezellen, dass das Ganze überhaupt erstmal läuft. Gerade das Geschütz ist mega wichtig, dass es von Anfang an läuft und da haben wir genug. Beziehungsweise wissen wir ja noch gar nicht, wie viel Energie verbrauchen wir überhaupt, bis wir vom Planeten runter sind. Das ist eigentlich, bei Raketen ist der energieaufwendigste Teil immer der Start. Die Masse beschleunigen auf das Niveau, dass sie es schafft, entgegen der Gravitation halt wirklich abzuheben und sich von der Erde loszueisen. Bis sie dann letztendlich den Wirkungsbereich verlassen hat. Das ist schon echt ein riesen Energieaufwand und dementsprechend brauchen wir halt auch diese riesen Raketen aktuell. Wegen dem ganzen Treibstoff, der da verbrannt wird. Der Großteil des Treibstoffs ist dann eigentlich weg. Das ist so. Das wenigste ist dann eigentlich für die Navigation oben, weil du brauchst halt nicht viel im Wetter. Zur Navigation brauchst du nicht viel Energie. Ja und für die Landung ein bisschen noch, aber das ist schon der Wahnsinn. Deshalb mal gucken, wie es hier ist. So, wir sehen, da muss jetzt alles mögliche herstellen. Wir haben einen zweiten Kern dabei. Ist auch nicht schlimm. Das ist vollkommen okay. Das lassen wir einfach so. Er bastelt den Kern ja jetzt in diesen Starterblock. Der Starterblock ist ja dann das. Das könnte man auch ändern, dass man erst ein Fundament macht und dann mit dem Starterblock anfangen kann. Aber du darfst halt nichts bauen ohne diesen Starterblock. Das ist so ein bisschen doof. Da werde ich die Reihenfolge anders für mich irgendwie interessanter finden. Persönlich, ne. Also nur so persönlich gesprochen immer. Kann sein, dass andere damit voll und ganz zufrieden und glücklich sind und sagen, oh nee, nein, ich kann mir da nichts anderes vorstellen. Multiladung. Hm. Wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen Multiladung nachkippen. Nur mal fünf Stück. Oh, mal drei Bohrerladung. Ja, dann haben wir. Haben wir da hoffentlich genug. Meereseigen, ja. Das ist ja so geil. Meereseigen. Wo zur Hölle finde ich Meereseigen? So, packen wir das mal hier rein. Das brauchen wir ja jetzt. Das kommt ja auch noch ins Inventar. Ja, aber es ist besser, das alles zu haben. Gerade auch mit dem großen Konstruktor. Hatte ich den jetzt schon? Ich sehe den gar nicht. Hatte ich den nicht in Auftrag gegeben? Anscheinend nicht. Dann sollte ich das noch tun. Ja, hatte ich nicht gemacht. Nee, ist besser. Wenn wir den haben, machen wir auch gleich noch ein Hangar-Tor. Ja, auch sehr gut. Wird mich hier interessieren. Warte mal, ich will was... Achso, erst mal hier kurz abernten. Was da zu ernten geht. Ah, noch nicht so ganz. Ah, die. Auch noch ein bisschen, auch noch ein bisschen. Ähm. War das hier mit Boden? Nee, ne? Das haben wir einfach draufgesetzt. Weil dann könnte man ja zwei seitlich setzen und hier oben machen, dass es nach links und rechts aufklappt. Dann wäre es ja rein theoretisch groß genug, um ein Schiff da drin zu landen. Hm. Da wir keinen Zusammenfaltmechanismus basteln können, wie bei Space Engineers, muss man sich ja andere Sachen einfallen lassen. Dann hätte ich gesagt, ob das funktioniert. Hm. Mal gucken. Experiment wäre es auf jeden Fall wert. Das heißt, dann gebe ich aber zwei Hangar-Toren in Auftrag. Ah. Und noch eine Tür. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Eine Frachtbox. Machen wir auch nochmal... Machen wir nochmal eine Frachtbox, dass wir ein bisschen was haben. Dass die Basis halt eigentlich fast alles bietet. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Ressourcen dafür ausreichen. Wir werden jetzt ein bisschen mal was nach oben schon mal schaffen. Also siehst du, hier werden wir Rest essen, was wir gerade so gefunden haben. So. Genau, jetzt braucht er ein bisschen, weil das Geschütz basteln muss. Ähm. Aber wir sehen ja, ne? Dieses Geschütz reicht komplett aus. Da brauchst du überhaupt nichts anderes. So, das heißt... Alles hier rein. Genau. Nein, das kleine Licht jetzt nicht. Nein, das kleine Licht nicht, habe ich gesagt. Mensch, wie gibt's das denn? Hört denn gar keiner mehr auf mich. Das ist schrecklich, ey. So. Ähm. Achso, halt, warte. Nein. Das hier. Ah, da ist doch gar nichts drin. Sehr schön. Waren es die kleinen oder großen? Die normale. Ja, okay. Nichts. Ah, ist alles voll. Gut. Pack mal das hier mit dazu. Wir sehen, wir haben eigentlich genügend Reserven. Wir haben insgesamt fünf von den Tanks. Ähm. Ich bin da ein bisschen der Überzeugung, dass das eigentlich reichen müsste. Eigentlich. So. Das kannst du mal wegwerfen hier. Vernichten, genau. Wie sieht's denn aus? Haben wir... Fünf Punkte. Irgendwas fiel mir gerade ein, wo ich mir dachte, Mensch, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir das freischalten würden. Aber ist schon wieder weg. Genauso schnell, wie es da war, ist es schon wieder weg. Erschrecklich. Was ist jetzt hier los? Ach so. Äh, er bastelt gerade. Okay, wir haben anscheinend doch mehr Munition als gedacht. Anscheinend doppelt so viel. Okay. Ist ja krass. Also ich würde nur sagen, wenn ich jetzt 300 habe, müsste es doch eigentlich reichen, oder? Ich glaube. Ach komm, wir können auch eigentlich, wenn wir schon dabei sind, eben gleich einen Kühlschrank aufgeben, ne? Naja. Ein Wassergenerator wäre auch nicht schlecht. Ja, guck mal, 250 Schuss. Wir lassen ihn das eine nochmal machen. Das ist ja der Wahnsinn. Also bis er jetzt das nächste Mal sagt, dass er halt andere Komponenten herstellen müsste, lassen wir jetzt Munition herstellen und dann... Genau, so. Jetzt schalten wir das aus. Genau. Aber guck mal, wir haben jetzt 350 Schuss. Ich bin der Meinung, damit kommen wir schon mal eine ganze Ecke weit. Ja klar, überleg mal, was du da dann hier wieder alles machen kannst. Was du wieder alles vernichten kannst damit. Wahnsinn. So, wir müssen mal jetzt gucken, dass wir langsam die letzten Sachen hier anbringen. Gerade mit den Triebwerken ist das echt mega, mega wichtig. Dass wir da mal irgendwie das hinkriegen. Weil wir haben es ja schön gemacht, aber noch ist es eigentlich nur Zierde, ne? Ja, dann noch tut sich hier gar nichts. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, wo ich die Triebwerke anbringen möchte. Ähm, so wie ist das eigentlich, weil wir das hier jetzt zumachen. Dann sieht das relativ offen aus, ne? Das ist nicht so gut. Naja, luftdicht gibt es eh nicht. Kann man das nicht gerade runter machen? Ich glaube, das finde ich hübscher. Ich glaube, wir haben auch noch eins. Warte mal. Mal schnell runter gucken. Ein gerades Rolltor. Ah, ich bin jetzt immer doof, dass man... Dass man hier runterrutscht die ganze Zeit. Ich bin jetzt... So... DEREN